Ja, ein Fluch lasst auf dir. Ich werde dich auch bringen. Ich bin so müde. Ja, ich werde dir helfen. Vor allem ist es eigentlich so ein... Normal zu groß ist der Baum gar nicht von außen. Mensch, komm hier hin. Wenn du gelabert. Auf geht's. So. Hey. Fresse. Ich habe gemerkt, dass mein Nabi einfach nur mir irgendwelche Hinweise gibt. Zum Beispiel, wenn eine Fackel aus ist. Oh, diese Fackel war bestimmt mal an. Oder vor langer Zeit mal an oder so ein Scheiß. Sag mir aber keine nützlichen Tipps hier. Ja, hey man. Klappe. Oh, sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an den Pflanzen hinaufkledern. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mann. Na, mein Nabi ist gut. So. Mal hier lang. Mal hier. Ja. So. Mal hier lang. Mal hier. oh ja ich kann eine tür aufmachen wenn ich davor stehe man das ist so mein kleiner bruder kann das da war ja was das verrät mir auch nur total scheiß dass ich auf dem schissen hier wirst du echt an der hand geführt und hier wird jeder kack erklärt so schlimm ja man komm jetzt bin ich froh wenn es vorbei ist und er hat ein herz gekackt wie beim ersten mal so jetzt mache ich den scheiß auf jetzt muss ich darüber ja es geklappt wird es geht nach stunden auf deutsche jetzt krieg ich eine zwille tatatata und stelle ist die zwille ja drücke ein scheiß man kommt weg ich könnte das spiel beschleunigen so jetzt weiß ich auf jeden fall dass ich diese zu viele nehmen und soll so durch da unten rein das tue ich da unten rein das tue ich da unten rein oh nein ich wollte nicht speichern soo runter runter soo runter soo soo pooh wow wow ein dungeon soo ein dungeon hier rein so jetzt kann ich diese blöden spinnen da drüben abschießen zack und tot ach ja am liebsten würde ich hoch springen wie bei auf gott of woher wer es kennt ach ja also bis jetzt finde ich das spiel auch total langweilig also ganz ehrlich also ach klappe ne warte mal wow 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 soo jetzt kann ich ruhiges springen ich hoffe es klappt wir mussten mal soo wir mussten mal geschafft ja naja soo so das ding kann ich abschießen wir sind auch recht soweit da bin ich auch nicht da wo ich ach kacke wollte ich noch nicht drauf springen ja das ist eigentlich schon gut so nein mann beim ersten mal hat es doch geklappt komischerweise ich weiß noch nicht was ich das bringt die die ich aber ich nehme es erstmal mit man weiß ja nie brauche ich das feuer oh verdammt noch mal hier hoch so wo ein wenig habe ich mich jetzt erschreckt du 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 so jetzt habe ich glaube gleich geschafft hier wird ja auch mal zeit dass ich wieder da bin wo ich rein war wobei ich es aber in der hälfte der zeit geschafft habe diesmal so da sagt er noch schön hier was mit seinen brüdern ja würde bezwingen finden sie nicht die richtigen reihe folgen und bei der 231 rechts vor links war die gold der mutter ja schön so jetzt weiß ich dass ich da oben das ding abschießen muss schreckt auch wieder das ist eine falsche taste so man diese beschissene helfe trotzdem liebsten töten so jetzt weiß ich dass ich runter muss schwimmen 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 so mehr so ja ich darüber dass ich da was schieben kann ich weiß ich dass das ganze ganze baum hier tutorial oder wird es ist ja echt zum ausrasten ich habe ja von den tasten nur in der hoffnung dass es vielleicht dann doch schon mal geht aber anscheinend ist das ja nicht der fall jetzt wieder schön das ist aber so in der luft halten muss also bis jetzt weiß ich immer noch nicht warum die leute das hier so als bestes spiel mit unter den besten 10 so weg damit Ich warte, ich bin nicht, äh. So, nach diesem Tunnel da vorne, äh, hatte ich das letzte Display, äh, abgebrochen. Weil ich keine Lust mehr hatte, weil ich ewig irgendwo rumgelaufen bin und irgendwie weitergegangen, äh, Weg gefunden gesucht habe, dass ich weiterkomme. So, genau hier war ich irgendwie. So, jetzt, ab jetzt weiß ich nicht mehr... Ach so, okay. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich nehme jetzt diese Kiste... Ist auch zu einfach. Es gibt nur einen Weg, wo ich sie hinschieben kann. Na gut, es ist Anfangs-Dungeon hier. Warte mal, wieso kann ich nicht? Wieso kann ich nicht einfach? Naja, ist egal, ich war einfach wies. Wie ich denke, es gemacht werden muss. Ah, du-du-du-du! Das war dieses Richtig-Gemacht-Zeichen. Wuh-uh-uhh! Wuh-uhh!